ein herzliches willkommen zu meinem part von heydayfarmbewertung der 300 farm am start, die wir uns angucken und bewerten werden wir starten direkt mit der ersten farm und das ist die 43, Katrins Farmy, Namensvetterin von meiner Regie ok, da haben wir sie, Katrins Farmy Level 74 da ist sie am start, mit level viele Eier Katrin, da ist sie, Katrins Farmy mit Katrin da ist sie, die einzig wahre, die einzig wahre, aber leider ja, nicht so viel dekoriert, das fällt dann direkt auf es gibt ja auch Leute, die mögen es gar nicht so voll zu haben, aber naja, aber so wenig sieht halt, weiß nicht, diese ganzen Lücken und so das sieht halt nicht so schön aus, finde ich ist halt halt wenig Deko, ne, ganzen Eier hier vorne, Wege hier drumrum, hier ein Weg so eine Art Eingang gebaut, das finde ich auch eine Art cool, aber was ich nicht cool finde auch gleich direkt auch wieder, dass hier so ein Doppelweg ist und hier so ein Einzelweg, dass das dann nicht so auf der gleichen Höhe ist, das finde ich ein bisschen schade ich weiß doch gar nicht, ob dann viele mal wissen, was ich genau damit meine, wenn ich sage äh, boah, das ist zwar wenig oder irgendwie passt das nicht, aber ich denke mal schon, dass man sich, wenn man vor allem die ganzen Parts anguckt, dann auch irgendwie irgendwann weiß, was ich damit meine meistens versuche ich auch ne, meistens erkläre ich das ja auch dann genau, was ich meine, aber so wie, ich glaube, das fällt aber auch schon auf, oder? dass wenig ist und so unstrukturiert hier steht zum Beispiel Winter, hier steht Ostern, hier steht ein bisschen was mit ein paar Gebäuden und Weg drum hier ist Honig ein paar Fahrräder stehen da und ja, irgendwie ja, nichts Halbes und nichts Ganzes, so auch wieder leider, leider Gottes die Tiere dann hier mit Bäumen noch getrennt das hier finde ich sogar noch am schönsten vom Ganzen, obwohl hier auch nicht gerade so viel ist ist leider nicht viel, Katrin es ist leider, es ist leider so ich gebe dir für deine Farm ne 1,5 nächste Farm nächste Farm 99, hat man glaube ich schon ja, hat man schon 16 Paulaner Garten, ist doch so ein Bier, oder? da haben wir sie Paulaner Garten Level 40 hm okay, aber im ersten Blick nicht so viel was sagt denn der zweite Blick? ich habe hier irgend so einen scheiß Krümel auf dem Tisch man, dann geht die Maus nicht richtig geht das, wenn er irgendwie sowas kratzt oder so ja, das habe ich gerade okay, so eine Art Eingang hier gebastelt mit Vogelbrunnen hier oben so eine Art Park der ein bisschen offen gehalten ist und dann hier runter geht wobei ich dann dieses Stück hier überhaupt nicht verstehe das verstehe ich überhaupt nicht warum die Hundhütte vor der Mine also wäre auch noch nicht so ganz schlüssig aber es ist auch jeden für jede Tierart so eine Art ja, es ist einfach mal Käfig auch wenn es das brutal anhört vor der Kanone hinten die Gebäude abgeballert ja, aber auch leider sehr wenig Paulana, muss ich sagen sehr wenig sehr, sehr wenig da gibt es auch wenig was ich mal bewerten kann oder dazu sagen kann weil es dann einfach auch wenig ist ähm mit den Gebäuden ja, kann man so machen aber ich finde halt die verteilt oder wenn man so einzelne Designs damit baut viel schöner als so ich weiß, ich habe das bei meiner Farm auch weil ich es aber äh bei meiner Farm auch praktisch sein soll nicht schön aussehen soll deswegen ja ne, nicht so Mainz Paulana da muss nochmal muss nochmal ran ans Werk nochmal ran an den Pinsel ich gebe dir einen Punkt von 10 ok, nächste Farm 24 Ellie Level 55 gefunden die Ellie oh jetzt aber welchen Unterschied hier direkt am Start sie weiß jetzt, dass ich bewertet habe sie hat mich entdeckt ich kann halt solchen Büschen einfach nicht widerstehen ah, schade hier unten hat sie nichts gemacht schade boah, der Eingang ey, den finde ich richtig cool ein bisschen voll aber cool mal was anderes also normalerweise hat man ja immer nur so Mauern oder Hecken oder so das ist schon so ein bisschen besonderes weil sie hat so quasi drei Felder benutzt zum Eingang und dann erst mit den Zäunen gemacht schon interessant aha, hier die Talstatuen Tiere Timmerbüschen umrandet cool Bambustrennung hier Schafe sie hat viel mit mit Büschen gearbeitet und Bäumen also weniger mit Deko sondern eher damit und mit den Statuen hat sie immer gerne gemacht das hat sie auf jeden hier, guck mal Hühner, Ziegen mit den Statuen hier Schweine, Kühe mit den Statuen und hier Schaf und Kühe okay, jetzt hier keine Statue aber eine Blume ja, mit den Gebäuden hier ein bisschen schade dass die so einfach dahin geklatscht sind aber so eine Art Industriebereich geht immer und dann ab hier leider nichts das ist so schade Ellie ich finde das so eigentlich so richtig gut aber deiner Kontrast ne so ab ab dem Zaun hier runter oder Hecke nichts mehr aber ich denke mal wenn sie höher kommt und noch ein bisschen mehr erweitert hat dann wird das doch was schade, schade ja, mit den Gebäuden halt ein bisschen wenig aber soweit schöne Farmen, Ellie wirklich soweit gut ich würde dann wenn du mehr Platz hast würde ich dann halt die Gebäude in die Länge strecken und vielleicht so ähnliche Designs bauen wie mit den Hühnern, Kühen und so mit den einzelnen Gebäuden vielleicht auch so Themenbereiche dann kannst du ja auch hier so einen Minenbereich noch machen das wird ganz cool vielleicht dann mit den Feldern noch irgendwas das würde echt gut noch dazu passen bei deiner bunten grünen Farm ich gebe dir für deine Farm 4 Punkte 4 von 10 Punkten ok, damit waren das schon wieder 3 Farmen ich bedanke mich fürs Zusehen ich hoffe, euch hat der Part gefallen wenn es euch gefallen ist gerne da haben ein Abo da würde mich sehr freuen wenn ihr mitmachen wollt dann schreibt einen Ingame-Namen Level und Kürze in die Kommentare und schickt eine Anfrage an diese Farm wünsche euch einen schönen Tag haut rein und ciao kürze kürze aps all around ich bin 5 für 異 Ans больше ist verd 34 viel viel werden Nav